Böse. Lustig. Intelligent. Nonchalant. Kosmopolitisch. Blink. Der Videokanal für freies Denken. Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Weil wir einen Piloten machen wollten, dachten wir, wir finden hier einen, aber hier gibt es ja nur diese Drachenpiloten. Aber wir wenden uns an euch, die Community, ob ihr nicht Lust habt, Konzepte zu schreiben, Drehbücher zu schreiben, vielleicht sogar auch selbst zu produzieren und zu moderieren. Schickt uns Konzepte, Ideen, schickt uns von mir aus fertige Pilotfolgen. Wie es ganz genau geht, steht auf unserer Website blink.ly. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Blink.